Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Marktausblick. Wir haben eine spannende Krypto-Woche hinter uns an den Aktienmärkten. Ja, war auch ein bisschen mehr Bewegung. Es ging wieder ein bisschen nach oben, es ging ein bisschen nach unten. News-Technisch war die Woche einiges mit den WPI-Daten und den Erstanträgen Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge Arbeitslosenhilfe. Werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ansonsten muss man schon sagen, war wirklich diese Woche im Zeichen von Krypto-Bitcoin natürlich, jeder hat es mitbekommen. Wir haben ein bisschen hoch auf 49.000 US-Dollar gestiegen und wir haben jetzt einen Dump gesehen bis auf knapp 42.000 US-Dollar. Auch da werden wir am Ende nochmal einen kleinen Blick drauf werfen, werde ich aber morgen nochmal ein ausführlicheres Video einfach dazu machen. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video trotzdem gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten wie immer kostenlos in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das ganze Traden wollt, wie Stockmärkte, Forex und natürlich auch Krypto, könnt ihr euch gerne bei meiner Partnerbörse BingX anmelden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Ich denke, das Video würde heute nicht so lang werden, weil sich an dem gesamten Markt eigentlich sehr, sehr wenig geändert hat. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass ich eigentlich beim DXY nochmal einen größeren Abfallkauf erwarte. Zumindest mal in die Region hier unten um 99,7. Bis jetzt die ganze Woche eher ein bisschen seitwärts gelaufen. Wir hatten diesen Pump zum Montag hin. Die Ineffizienz nach oben hin wurde weder diese, also die kleinere oder engere gestaltete, weder die größere bisher noch nicht abgeholt. Das heißt, wir haben hier noch minimales Aufwärtspotenzial, zumindest kurzfristig, dass wir uns diesen Bereich noch holen und dann erst möglicherweise nochmal den größeren Abverkauf sehen. Das würde natürlich auch wieder dazu führen, dass wir immer noch bei den Stockmärkten, wo wir dann gleich nochmal ein bisschen drauf näher zu sprechen kommen, da dann nochmal einen Push nach oben hinkriegen. Also kurzfristig vielleicht nochmal einen Abverkauf, aber längerfristig oder mittelfristig doch nochmal neue Tops, bevor wir dann in die größere Korrektur reinkommen. Also hier seht ihr schon, hat sich sehr, sehr wenig geändert. Auch wenn wir zum Euro gegenüber dem US-Solar kommen, auch hier leider überhaupt nichts möglich gewesen die Woche meiner Meinung nach. Also ihr seht hier, wir sind nicht mal ins Golden Pocket gekommen. Wir haben hier eine leichte Aufwärtsbewegung, was dann eher schon wieder so eine Art Bärfleck ähnelt, wenn wir uns jetzt mal hier ganz kurz die Linien ziehen. Warte mal, wo haben wir es hier? So, also eher so eine kleine Art Bärfleck macht es momentan so ein bisschen den Anschein, aber dafür ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Also ich hoffe, dass wir hier wenigstens noch in das Golden Pocket hier oben hineinkommen und von hier aus dann erst einmal eine größere Korrektur sehen, weil Euro bin ich, wie gesagt, das habe ich aber auch schon im Ausblick für 2024 gesagt, bin ich aufs Jahr gesehen eher etwas pessimistischer, als was den US-Dollar anbelangt. Also Forex-Mark, da müssen wir weiter abwarten. Für mich short hier oben alles in dem Bereich um 1,10,4, 1,10,5. Das wären so die Short-Bereiche für mich in dieser Woche, um dann eben diesen Abverkauf zu sehen. Müssen wir mal gucken, wie das kommt. Sollte der Dollar, so wie wir es gerade eben besprochen haben, erst nochmal hoch in Richtung Ineffizienz gehen, würde es passen, dass wir hier erst nochmal runtergehen, einen doppelten Boden bilden und dann eben die Gegenbewegung nach oben hin sehen. Also das sind so die Analysen für Forex. Würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und gehen direkt rein in die normalen Märkte, also in die Indizes-Stock-Märkte. Und da hat sich immer noch nichts, ja, groß was verändert, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben Short-Trade hier oben, das ist mein Short-Trade momentan, den ich eingegangen bin. Bin ich aber auch mit zwei Orders drin. Das heißt, erste Short-Order hier, die zweite Order ist hier oben bei 4.820. Wird aber wahrscheinlich nochmal, also ich bin hier momentan break-even, da warte ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen ab, ob ich da noch ein Signal posten werde. Weil nach 4 Stunden Time-Frame, seht ihr hier, haben wir kein höheres hochbekommen. Das heißt, wir sind momentan hier im Doppeltop drin. Das heißt, richtig, richtig bearish eigentlich, wenn man das so sieht. Andererseits habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt, mich stört an dieser ganzen Sache, dass der S&P 500 der Einzige ist, der noch keinen All-Time-High erreicht hat. Deswegen gehe ich immer noch davon aus, dass wir uns zumindest mal, ich mache das hier nochmal ein bisschen weg, ich mache auch das Golden Pocket hier mal ganz kurz weg, dass wir immer noch erst uns beim S&P 500 erstes All-Time-High holen und dann mit einem fetten Abverkauf rechnen müssen. Und da gehe ich auch weiterhin davon aus, deswegen für mich die Position, muss ich jetzt am Montag nochmal gucken, ob ich es einfach wieder schließen werde auf break-even. Aber ich würde mir gerne hier dieses All-Time-High noch bei 4.820 Punkten holen, bevor wir hier die Korrektur sehen. Weil ansonsten, die Anzeichen sind weiterhin bearish. Bearish divergence, wir haben langsam weniger Liquidität im Markt. Die Inflationszahlen von letzter Woche sind leicht angestiegen, also pessimistischer ausgefallen, als die Prognose war. Das heißt, Schreckgespenst, Inflation könnte möglicherweise wieder zurückkommen. Es gab immer, dazu muss man auch sagen, es gab immer zwei Wellen in Inflationszyklen. Das habe ich glaube ich in irgendeinem Video letztes Jahr auch schon mal ein bisschen versucht genauer zu erklären. In den vergangenen Zyklen der Inflation hatten wir immer einen Peak, dann ging es runter. Natürlich, Notenbank hat dagegen gesteuert und dann gab es diesen zweiten Peak, nachdem dann eben die Zinsen wieder gesenkt werden. Da sind wir noch nicht, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass früher oder später eben dieser zweite Peak einfach wieder kommen wird. Und darauf sollte man sich vorbereiten. Ansonsten, wie gesagt, S&P 500 bleibe ich dabei. Für mich das beste Short-Signal ist, wenn wir das All-Time-High hier oben knacken, weil dann sind wir meiner Meinung nach von der Korrektur nicht mehr weit entfernt. Da kann das ganze Zeug erst einmal deutlich nach unten hin rasen. Das wären vier Prozent, was mein Mindestziel hier unten wäre. Das wäre wahrscheinlich übel dramatisch für viele da draußen, aber es wäre einfach eine gesunde Korrektur, um daraufhin wiederum einen Pump nach oben hin zu sehen zu einem neuen All-Time-High. Ja, dann rüber zum Nasdaq. Hier haben wir eigentlich so ziemlich das gleiche Spiel. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, okay, die Ineffizienz hier, das wäre so das grobe Ziel. Das hat er auch erreicht. Das heißt, Analyse perfekt gesessen. Short-Signal, ja, aber auch hier momentan ziemlich auf Entry. Auch hier kam kein Signal. Warum nicht? Weil das Ganze mir momentan immer noch ein bisschen zu heikel ist. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir eben hier beim S&P 500 nach so einer Aufwärts-Rally, die wir jetzt diese Woche hatten beim Nasdaq, zumindest mal beim S&P 500 auch zumindest mal das All-Time-High erreichen. War nicht so. Deswegen hier alles noch auf sehr, sehr dünnem Eis gebaut. Analyse von letzter Woche, wie gesagt, hat erst einmal gezogen. Aber auch hier, wie gesagt, besteht nochmal die Chance, dass wir zumindest nochmal kurzfristig ein All-Time-High-Niveau gehen und dann erst eben diesen Abverkauf sehen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob jemand von euch das long getradet hat, nehmt da 50% raus und dann wartet er erstmal diese Woche noch ab. Aber ich bin hier auf jeden Fall nochmal deutlich shorter eingestellt. Dow Jones tut sich derzeit überhaupt nichts, also wirklich gar nichts. Wir sind hier in der kompletten Seitwärtsphase, verhält sich auch nicht wie ein Nasdaq, wie ein S&P 500. Also hier komplette Seitwärtsphase. Auf dem Daily-Time-Frame haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich hier möglicherweise dann so ein Head-and-Shoulder-Chart-Pattern bilden könnte. Aber ihr seht selber, so richtig schön ist es nicht. Gut, von dem Ausmaßen her würde ich es gerade noch so durchgehen lassen, sage ich jetzt einfach mal, sollte diese Trendlinie hier auf Daily brechen. Aber wirklich schön ist es nicht. Das heißt für mich ist der Dow Jones immer noch ein Markt, wo ich einfach momentan nicht rein möchte. Gefällt mir strukturell überhaupt nicht. Dann lieber S&P 500 und Nasdaq, die da vom Chart-Technischen deutlich besser aussehen. Aber auch hier bleibt natürlich das Korrektur-Level hier unten in Richtung zumindest 36.600 oder sogar noch tiefer bis hier runter auf ungefähr 36.000 Punkte. Das wären dann auch knapp 4%. Also ich erwarte hier schon Korrekturen zwischen 3 und 4%. Das ist für Krypto-Leute da draußen ein Witz, weil das haben wir tagtäglich 3-4% Schwankungen. Aber für Aktienmärkte ist es dann doch schon nochmal ein größerer Schlag. Aber wenn ihr euch einfach mal diese komplette Bewegung anguckt, die wir hier seit 27. Oktober 2023 hatten, wenn wir uns jetzt einfach mal so den Strich nach oben hinziehen, wo wir jetzt stehen, das sind 16,4%. Das heißt 4 bis 5% Korrektur wären jetzt nicht mal so mega schlimm oder dramatisch, würde auch die Aufwärtsbewegung nicht brechen. Nehmen wir uns das FIP-Level dazu, könnten wir sogar hier runter in Richtung 34.400 Punkte gehen. Das heißt, hier stehen extrem oder hier gibt es extrem starke Chancen für uns. Aber wir müssen wirklich Risiko abschätzen, weil wie gesagt, wir hatten schon mal Verlusttrades, die wir hier getätigt haben. Dann ging der Markt doch nochmal deutlich nach oben. Deswegen bin ich jetzt hier deutlich, deutlich vorsichtiger und warte hier erst einmal noch ein bisschen ab. Ja, ansonsten jetzt noch rüber zum DAX. Wie sieht es dort aus? Erster Take-Profit genommen, Stop-Loss-Entry. Also hier ist momentan, Trade läuft noch, aber auch nur noch mini, minimal, würde ich sagen. Also lange wird dieser Trade wahrscheinlich auch nicht mehr offen sein. Aber auch hier gleiches Spiel, Korrektur abwarten. Also DAX momentan mit der ungeilste Markt, muss man ehrlicherweise sagen, weil sich hier überhaupt nichts tut in den Marktverhältnissen. Seitwärtsphase genauso wie beim Dow Jones. Auch hier rechne ich früher oder später mit einer Korrektur. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben diese Woche eigentlich keine wirklichen News. Montag, wenn wir mal so ein bisschen in die EU gucken, nichts. Dienstag EU, auch nichts. Mittwoch EU, okay. Inflationsdaten, die könnten vielleicht nochmal ein kleiner Dämpfer werden für die Märkte, vor allem für den europäischen Markt. Das heißt, der DAX könnte da doch nochmal ein bisschen nach unten hin korrigieren. Am Donnerstag Erstanträge und Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe. Und das war es dann diese Woche. Wir haben absolut keine wirklichen News. Und die FED-Sitzung dauert auch noch ein bisschen. Es sind noch 18 Tage, bis wir hier den nächsten Zinsentscheid kriegen. Also nächste Woche könnte das ganze Spiel wirklich so hinhalten, dass wir wirklich nochmal eine Rallye in Anführungszeichen sehen mit neuen All-Time-Highs. Und dann aber vielleicht die Woche darauf dann die Korrektur kommt. Aber wie gesagt, würde ich momentan nichts überstürzen. Wir sind vorbereitet. So, gehen wir rüber zu Gold. Gold hat natürlich von der ganzen Inflationsgeschichte diese Woche dann wieder deutlich, deutlich profitieren können. Natürlich, wenn Inflation steigt, dann steigt natürlich auch wieder Gold an, weil das Risiko wieder in Gold oder weniger Risiko in Assets fließt, sondern eher risikolos dann in Gold investiert wird. Aber das ist auch so ein Ding. Wie gesagt, auch hier läuft unser Trade noch. Ihr könnt euch daran erinnern. Den haben wir hier oben aufgemacht bei 2083 oder 2084 US-Dollar. Zwei Take-Profits genommen. Wir sind leider noch nicht hier runtergekommen in Richtung 1996. Kann natürlich alles noch kommen. Also ich schreibe das noch nicht ab. Das heißt, der Trade bleibt auf jeden Fall offen. Unser Long-Trade bleibt auf jeden Fall noch offen. Und jetzt sind wir hier genau am Freitag noch ins Golden Pocket reingekommen. Das heißt, momentan läuft alles noch nach Plan. Wir haben noch keinen Strukturwechsel. Gold ist immer noch in einem kleineren Abwärtstrend beziehungsweise in einer kleineren Korrektur derzeit gefangen. Also hier müssen wir uns keine Sorgen machen. Der Trade läuft weiterhin. Nächster Take-Profit, wie gesagt, bleibt einfach hier unten bei knapp 1996. Und dann werden wir uns auch überlegen, unsere Gold-Long-Position, die ja noch von hier unten resultiert, auf jeden Fall hier nochmal zu verdoppeln und dann nochmal insgesamt dann vielleicht zwölf Take-Profits rauszuholen. Das wäre der bullischste Case, beziehungsweise auch der längerfristigste. Und dann werde ich hier unten wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen Spot-Gold akkumulieren. Geht ja jetzt auch über New Eternal Life. Ich weiß nicht, wer die Videos anguckt. Aber da werde ich dann auf jeden Fall mir Gold drüber holen. So, das war es jetzt das erste Mal dazu. Dürften jetzt alle Märkte so ein bisschen grob abgeklappert haben. Ihr seht schon, es ist nächste Woche deutlich, deutlich ruhiger. Wir haben einfach eher ein bisschen Seitwärtsphase. Und wie gesagt, Bitcoin nächste Woche könnte nochmal deutlich, deutlich heikler werden. Aber wie gesagt, da werde ich euch das Video dann morgen früh zu machen. Nochmal ein bisschen ausführlicheres Video zu Bitcoin. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Auch wenn es diese Woche nicht wirklich viel gibt, aber ihr kennt so grob den Plan. Ich kann auch nichts machen, wenn keine News kommt, wenn der Chart sich nicht bewegt. Sorry dafür. Aber ansonsten würde ich sagen, trotzdem gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Gebt euch gerne noch die Videos von gestern mit XRP und natürlich auch gerne unseren aktuellen Podcast. Gestern eine sehr, sehr wichtige Folge mit Burnout und psychische Gesundheit. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch diese Folge anzuhören. Die kam auch sehr, sehr gut an. Muss ich schon mal da lassen. Vielen, vielen Dank für das positive Feedback. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann morgen früh wieder zu einem kleinen Update-Video. Und schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und ja, bis morgen. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.